Mit der Kölner Seilbahn über den Rhein schweben. 2012 hat die Kölner Seilbahn Nachwuchs bekommen. Mit den Gondeln der Polizei Nordrhein-Westfalens schweben in Zukunft zwei außergewöhnliche Gondeln über den Rhein. Bei der Taufe der Polizeigondeln zur Saisoneröffnung herrschte dann auch reges Interesse der Kölner, direkt mit dieser Gondel fahren zu dürfen. Dabei ließ es sich der Polizeipräsident persönlich nicht nehmen, als erster in die Gondel zu steigen und das Schweben zu genießen. Genießen auch Sie es mit unseren vielfältigen Gondeln über den Rhein zu schweben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Oder schweben Sie erst einmal unter www.kölner-seilbahn.de www.kölner-seilbahn.de